Mein Name ist Titian Fettbusch, ich bin 21 Jahre alt, komme aus Hung, das liegt in Hessen und ich bin ein neuer Spieler für Big. Ich bin heute um 8 Uhr aufgestanden, habe direkt meine Sachen geparkt, bin dann auch ziemlich zügig zum Flughafen gefahren. Nach einer Stunde Flug bin ich hier angekommen und wurde auch gut empfangen von den Big-Leuten. Jetzt gehen wir gleich noch mal essen. Auf gesundes Essen wie Tiefkühlpizza. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir das gleiche Level erreichen, was wir auch letztes Jahr, als wir das Major gespielt haben, erreichen. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt so spielen kann, wie ich es auch in letzter Zeit gemacht habe bei Atex. Ich bin ein ziemlich ruhiger Typ, also ich denke, ich kann ziemlich viel Ruhe ins Spiel bringen. Ich habe gemerkt, dass die Jungs ein bisschen hektisch sind und ich denke, das ist meine beste Eigenschaft. Also ich bin jetzt auch das erste Mal von zu Hause quasi ausgezogen und das ist auch was komplett Neues für mich. Aber ich kenne die Jungs schon alle sehr lange und ich bin sehr zuversichtlich. Also mein letztes hochdotiertes Turnier ist schon eine Zeit her und ich war auch noch nie in China. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass es da gut laufen wird und ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ich war bisher nur in Spandau, aber da wurde mir schon wiederholt gesagt, dass das nicht das richtige Berlin ist. Ich möchte auf jeden Fall das Brandenburger Tor sehen, sonst habe ich eigentlich nichts Großes vor hier, außer Headshots geben. Ich möchte auf jeden Fall das Brandenburger Tor sehen. Untertitelung des ZDF, 2020